155 credits warten immer noch aufs ausgegeben werden technikabteilung einrichtung bauen ach ich muss immer noch warten okay dann hier in dem fall nicht ausgeben dann versuche ich jetzt mal wieder verdeckte operation unbekannte zelle vor ort die frage ist halt tatsächlich kann ich nur an einem ort gehen unbekannte zelle vor ort unbekannte zelle vor ort unbekannte zelle vor ort was denkt ihr ist sie in indien oder in china versuchen wir es mal hier wobei aufklärung scan ich bin unsicher ob das nur auf das ich mach mal ein aufklärung scan mal gucken ob es jetzt dieses mal was werden würde aufklärung scan bestätigt ein weltweiter aufklärung scan kostet 50 credits hat letztes mal schon nichts gebracht aufklärung scan abgeschlossen position bestätigt und dieses mal bringt so was okay frankreich scheint infiltriert zu werden und es läuft die zeit davon die nerven liegen bei allen blank was mich auch ein bisschen erstaunt ich habe doch gerade 50 credits dafür gezahlt ich habe immer noch 155 dann machen wir eine verdeckte operation und schicken ich könnte eigentlich sie schicken weil sie ist ja eh nicht im einsatz oder was hast du für fähigkeiten du wärst revolverheld das wäre gut du hast kein verkrüppelter schuss aber das interessiert mich jetzt gar nicht mehr dann schicken wir bewaffnung der laserpistole aliengranate der letzte kontakt war ein fehlalarm wahrscheinlich nur ein weiterer betrunkener pilot der auf einem langstrengenflug eingeschlafen ist und nanofaser genau schicken wir dich los und spion zur mission entsenden verdeckte einsatzkraft in position um exorzelle zu sprengen in frankreich schön sind wir mal aktiv die ganze linke seite schon mal weg und schwerer plasma werfer in vier und verdeckte operation in sechs okay ich mache es jedes mal langsam nervig mich über mir selber werden immer noch hundert nie jetzt ist es weg okay jetzt ist es weg dann würde ich sagen wir scannen neues forschungsobjekt hier hätten wir den forschungsbericht codename eisvogel schwerer plasma werfer bei dem versuch die leistung unserer bestehenden plasma gewehre zu erhöhen haben wir versucht eine testumgebung zu erschaffen die das sicherheitsrisiko minimiert zugleich aber nicht unsere fantasie einschränkt wenn es um neue entwicklungen geht diese logistischen dinge hat die technikabteilung sehr effektiv erledigt so dass wir mit dem prototypenbau weitermachen konnten obwohl wir viel zeit damit verbracht haben das schwere plasma gewehr der aliens zu untersuchen gab es immer noch viele fragen zu seiner verbesserten funktionsweise einen akzeptablen energieverbrauch bei verbesserten leistungen hinzubekommen war keine leichte aufgabe die erste einschränkung bei der leistungssteigerung war das höhere gewicht durch eine größere energiezelle das mag den rustikanen alien soldaten nichts ausmachen doch unsere soldaten können nur eine bestimmte menge an auszug tragen doch dann haben wir einen mittelweg gefunden indem wir die energieverwaltung dahingehend änderten dass sie die überschüssige abwärme beim feuern reduziert ich sollte allerdings noch erwähnen dass hitzestaus auch weiterhin ein problem sind das sollte auch unseren soldaten klar sein bevor sie die waffe mehrmals schnell hintereinander abfeuern nach erfolgreichen versuchen mit unserem eigenen prototypen sowie mit einer modifizierten alien waffen sind wir zuversichtlich dass wir nicht nur die waffen umbauen können die wir erbeuten sondern auch in der lage sind eigene herzustellen die körperlichen einschränkungen gewöhnlicher soldaten werden unwichtiger wenn man etwa an unsere meck kämpfer denkt für die wir eine ausgewachsene partikelstrahlwaffe bauen können wir können jetzt nicht nur unsere eigenen schweren plasma werfer bauen sondern auch jeden anpassen den unsere soldaten erbeuten schwere plasma werfer zur herstellung verfügbar was eingesetzt haben shiv plasma nachdem wir jetzt in der lage sind schwere plasma waffen herzustellen könnten wir die bewaffnung unserer shivs an diese technologie anpassen und so die feuerkraft drastisch erhöhen partikelkanone eine variante unserer schweren plasma waffen technologie ermöglicht den bau eines stoßweise abgefeuerten partikelstrahls der bislang unvorstellbare konzentrierte energiemengen transportiert die hitz ableitung wäre für eine ungeschützten soldaten extrem gefährlich ein meck anzug er kann die dafür nötiges system mit leichtigkeit tragen gut 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 titanerüstung ach mist immer noch langsam warum hat es nicht geklappt schade dann nehmen wir das neue jagdflugzeug nach einer extensiven untersuchung der außerirdischen schwerkraft antriebe sowie ihrer energie und navigationssysteme glauben wir dass es möglich sein sollte aspekte ihrer technik in eines unserer eigenen flugzeugmodelle zu integrieren ich habe zwar immer noch keinen gebraucht aber eine richtung bauen eine richtung bauen hier könnten wir jetzt 175 credits schade dann nehmen wir gleich das nächste ausheben jetzt sind wir wieder bankrott und wir können die zeit laufen lassen wir haben einen großen kontakt und ernährt sich schnell es wird schwer werden sich gegen ihn zu behaupten und ich nehme jetzt spontan an den kann ich nicht abschießen das wird mir mit großer wahrscheinlichkeit nicht reichen schicken wir zuerst die schicken sie zuerst die für die kanone kaum sage ich dass ich vermutlich nie dazu komme hinabzuschießen kommt schon einer wir sind dran ich muss abbrechen denn 1,7 sekunden sind zu kurz schicken wir den nächsten los kontakt entdeckt feind ist anvisiert und geschafft sehr schön Abfangjäger hat das Zielufer abgeschossen Überwachung meldet Bewegung der Aliens an der Abschussstelle Abfangjäger wurde beim Zusammentreffen schwer beschädigt zwei beide und wir haben einen großen schicken wir trotzdem Sky Ranger los und jetzt ist die große Frage Soll ich das genau so lassen? Ich würde es eigentlich gerne so lassen aber wir haben ja jetzt einen zweiten Scharfschützen Nehmen wir mal alles weg schauen wir es mal an So Nehmen wir dich mal weg Hätten wir denn noch einen Scharfschütze? Wir haben jetzt vier im höchsten Dienstrang und wir hätten hier nochmal einen Scharfschützen Das ist ein großes Raumschiff Soll ich es riskieren? Soll ich es riskieren? Wir könnten es riskieren Machen wir, komm So Wir rüsten dich neu aus Und du bekommst genau dasselbe wie der andere bekommen hat So Was hast du eigentlich für Fähigkeiten? Du hast Truppsicht Revolverheld Verkrippelter Schuss Und sehr gut Das sieht doch alles perfekt aus Dann hätten wir einen Unterstützer Ein Sturm Ein schwerer Schwerer Scharfschütze Müsste klappen Ähm Was ist mit dir passiert? Ne, 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 ne So nicht Nicht mit mir Ähm Wo ist mein eigenes Sturmgewehr? So Da stimmt was nicht So Jetzt stimmt's Jetzt sieht es schon besser aus Mal kurz Nur kurz überprüfen Ne Ne Euch kann man noch nichts anders geben Und ich nehme jetzt mal an Spontan Euch auch nicht, oder? Plasmagewehr? Ne Kann man nicht Also wir hätten Also wir hätten einen Unterstützer Sturm Zwei schwere Ein Scharfschützen Zwei Und Waffenmäßig sieht es auch gut aus Wir hätten Sanitäter Mit Handgranate Plus Heilung Sturm Ist klar Ich würde sagen Wir versuchen das Einsatz starten Wir landen Machen Sie sich einsatzbereit Unser Operationsgebiet liegt in den Vereinigten Staaten Wir haben wohl Glück Die Alien Absturzstelle liegt weit entfernt von größeren Siedlungen Wir müssen dorthin und die Stelle umgehend sichern Operation Blendender Dunst Einsatzversprechung XCOM Abfanggegaben in ein Ufer vom Himmel geholt Es scheint die Überlebenden zu geben Positive Meldenergiesignatur Das Raumschiff könnte verwertbare Teile enthalten Einsatzziele Finden Sie das abgestürzte Ufer Durchsuchen Sie das Gebiet nach überlebenden Alien Machen Sie sie unschädig Finden und sichern Sie Meldkanister Vermeiden Sie möglichst weiteren Schaden am Ufer Einige Komponenten könnten eine Bergung wert sein Und hier haben wir einen ewig langen Text Blendgranaten bieten eine neue Option im Kampf gegen mehrere Feinde Jeder Gegner der den Blitzschalt wird desorientiert und leidet unter verringerter Zielgenauigkeit und Bewegung Robotische Einheiten und Gegner mit fortgeschrittenen Siegkräften sind immun Du erhältst Zugriff auf die Blendgranaten über das Forschungsprojekt Experimentelle Kriegsführung Okay Blendgranaten müsste ich dann irgendwann mal probieren Das hört sich nicht gut an Da ist bei der Landung irgendwas schief gegangen Ich hoffe der Flieger kann wieder starten Ui 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 Jedenfalls für das erste wäre es mit diesem Teil gewesen Ich hätte eigentlich was anderes erwartet als Ende Aber Ist mir auch recht Kann ich die Herren und Damen Hat sie überhaupt eine Dame? Ich glaube es sind nur Herren Kann ich die Herren trainieren? Die brauchen das In dem Sinne Nächste Station Vorne beim Bordcomputer Auf bald wieder Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal